Ist da ein bisschen Leben drin? Also, jetzt können wir dann, äh, ne... Wir können ihn hier angrabbeln, aber ihn dann nicht. Das ist irgendwas, was wahrscheinlich vonlaufen soll. Das erinnert an das Ding bei Hellboy damals. Ja, wo laufen wir durchs Bild, ähm... Bei Hellboy war es damals so in dem Film, musste ich hier behutere an. Ach, das muss ich jetzt auch wie eine richtige Kombi davon klickern und klackern. Naja, hm, pff. Hm, trotzdem. WTF ein explodierender Tintenfisch echt jetzt, Leute? Also, ich frag mich, was das mit der Story und dem Tod zu tun hat. Ja, wir könnten jetzt ein bisschen... Guck mal, wir können gleich übergrabbeln. Was ist denn das für ein Freak? Ey, Ku Klux Klan trägt weiß. Und so viel Blut, wie ein, der dran ist, musst du da auch nichts mehr anstechen. Das bringt nichts. Außerdem ist er eh noch hart zum Knochen. Warte. Da sind wir jetzt wie ein bisschen kopflos, ne, wa? Kopf, das Ding, und dann haben wir noch die Götze, die wir anklicken können. Was? Ich hab nur Immortalis verstanden. Unsterblich. Kannst du das nochmal wiederholen? Okay, ähm... Oh, wer findet das Wort zur Hölle? Hölle... Ja, genau. Hölle, 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 pack mal dieses hässliche Ding da weg. Ja... Ganz ernsthaft. Ich bin glaube ich froh, dass das dieses Game im Steam Sale nur 99 Cent gekostet hat. Aber nichts und trotz probieren wir das mal. Click to save. Probier ich das Ding hier jetzt mal so straight und durchzuspielen. 17 Level haben wir. Das war gerade 9. Das heißt, wir kommen in 10. Das heißt, wir haben jetzt noch 7 Level vor. In so 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Ja, ähm... Guck mal, Johannes Paul, der Zweite. Ist das der Berg Gurgata? Hilfe, man brühe mich, Blitzdingsen. Okay, damit kann ich dir also Feuer unter den Arsch machen. Wie? Ich geh jetzt Stress, weil ich zu viel am Pfaffen rumgefummelt habe? Du hast doch da selber hingehangen, stell dich nicht so an. Was ist denn der Pfaffer da denn mal? Zurzeit gar nichts da, was wir krabbeln können, oder? Nein, den Berg nicht, das Kreuz nicht. Hey, der hat's aber eilig. Sommerschluss verkaufen in der Hölle, oder was? Also, das heißt nur, ich könnte die beiden Vögel... Warum dachte ich gerade an Oh No More Lemmings, wenn die Lemminge runterzählen und dann einfach stumpf platzen? Ähm... Okay, ja... Wie? Du musst was umtauschen? Kommst schon wieder zurück? Ah... Er ist da klein, schwarz und hässlich. Oh, wir müssen zu einer Krypta... Man kann sehen, wir sind in der Hülle, warum ist hier ein Mausoleum? Hm... Hier ist irgendwas, was Kratzspuren verursacht hat. Ja, und die sieht schon gut abgehangen aus, würde ich sagen. Gut im Auge gekratzt. So, äh... Ja... Da können wir die Leiche wieder begrabbeln, aber ansonsten... Nö, außer sie kann man hier nicht wirklich was machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Tja, hier ist der Körper, nur als Klick vielleicht angegeben. Eins, zwei, drei... Ja, nu, die Gute hängt da rum und Whisky und das passiert. Ich kann sie zwar angrabbeln, aber irgendwie... Ändert mein Grabbel an der Leiche auch nichts wirkliches. Eins, zwei, drei, eins, eins, zwei... Also ich würde ja sonst sagen... Hm? Da haben wir eine Brust gepackt, aber... Hm. 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 Aller guten Dinge sind zwei, dafür ist das. Aller guten Tag. Also, einmal, zweimal, das wären für mich zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, äh, Vater, Mutter, Kinder, würde ich mal so sagen. Ich muss jetzt nicht. Eins, zwei. Das wäre ja auch noch ein Sinn gewesen. Eins, zwei, drei. Ja, spiel, genau so fühle ich mich auch gerade. Ja. Was uns verfolgt war das und das hatten wir in einer anderen Kammer. Ruhe! Ob das richtig war? Äh, da oben geht Licht an. Ach du Schande. Also, wenn ich das so richtig verstehe, ich würde ja das nehmen, was bis ganz unten geht. Das heißt, hier kommt das Pentagramm hin. Nein. 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 then. Nee. Pit. Wett? Ich habe hier getippt, das hier müsste es sein. Aber dafür fehlt mir das Symbol da. Ohnöööööö, ach komm. Jungs ich bin kreativ, dass Symbol fehlt aber. Ja, das geht bis ganz unten durch, aber ich setz mich jetzt um, um das Mikrofon wegzuteilen und dann nochmal um. Ich hoffe, man hört das Geknacker nicht so. Okay, das könnte auch das Längste sein. Warte mal, was wäre das? Dieser komische Leuchter. Wenn man jetzt so schnell ist, man klickt. Dieser komische Leuchter. Dann dieses komische Dingens da. Nein, das auch nicht. 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 Das da. Genau. The Resistance is future. Okay, also noch der. Aber jetzt, 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 jetzt. Das kann ich auch noch sagen. Hier sind ja genaue Falles offen. So. Das wäre dann das Pentagramm. Ah, okay, so zu lesen. Ja, okay. Es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten, um da rumzukommen. Oder in die Hölle in dem Fall. Ja. Amen.